Vergessen Sie übrigens nicht, Ihre Mettenwürstel für Weihnachten rechtzeitig vorzubestellen, damit das Sinnliche auch zum kulinarischen Fest wird. Das Mettenwürstel ist einmal ganz etwas Traditionelles, was man von der Esskultur gar nicht mehr wegdenken kann von Weihnachten. Die Mettenwürstel werden am 24. sehr zeitig in der Füll produziert, weil das eine rohe Wurst ist, die dann erst vor der Metten gebrüht wird. Das heißt, die machen uns relativ viel Arbeit und macht auch dem Kunden sehr viel Freude, weil so etwas Frisches gibt es halt nur im Fleischer-Fachgeschäft. Das Beste aus der Region, frisch in Ihrem Fleischer-Fachgeschäft.